Sowieso bin ich nicht so rein musikalisch einzuordnen, weil viel, was mich interessiert, auch aus der bildenden Kunst kommt. Polyrhythmik zum Beispiel ist eines meiner Hauptbeschäftigungsfelder. Und das liegt daran, dass es mich genug beschäftigt als Schlagzeugerin, weil es kompliziert ist oder komplex ist, aber auch weil es für mich eine politische Komponente gibt, die ich nicht unspannend finde. Ventil ist wirklich ein Herzensprojekt von mir. Die Band gibt es seit acht Jahren. Dieses Jahr ist ganz besonders für mich, dass wir erstmalig mit Johanna Sophia Bader gemeinsam arbeiten, die eine hervorragende Sopranistin ist und die sozusagen noch eine ganz andere Welt aufmacht für diese Band und für das, was wir dann insgesamt sind. Ich war jetzt schon einige Male in Saalfelden eingeladen, was zu präsentieren und es ist jedes Mal total schön, so viele bekannte Gesichter hier zu sehen und es fühlt sich einfach sehr vertraut an. Und ja, es ist ein schönes Treffen.